Einfach mal uns... ...na, furzen. Ja, uh, checken es doch, äh, die Befähigung. Hey, hier ist ein Kanu. Na gut, hier ist kein Router. Na gut, hier ist kein Router. Was machst du denn? Vielleicht ist es zweit. Hey, nicht nur uns! Es schwimmt auf jeden Fall. Tschüss! Und sehr elegant. Mal sehen, wie es jetzt über den Rand fällt. Muss ich grad sehen. Ja. Ja, du kommst hinterher. So ein... So ein Stuhl, nein! Das ist... Nein! Das ist schon ein Sonnenstuhl. Und... Da soll ich jetzt ein zweiter. Ja, da kann man sich nicht zu zweit draufsetzen. Ach so. So ein, das Check noch wieder aufm Rapi rein? Zuerst ja aber dann das Begnügen. Okay. Oh, die sind... Oh, die sind wieder... Die sind wieder... Die sind wieder... Die... 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 Die Schildlosen. Grüne, zweibeinige Dinger. Das sind Neandertaler. 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 Ja, die werden Spielen Neandertal genannt. Diese Grünen erinnern mich an die Knallfrösche. Ja. Aus First und Second Counter. Die waren ekelhaft. Ja. Oh, ist ein zweiter Sonnenstuhl. Und ein Seestern. Weiterell, ich bist wieder aus. Ich bin auch sorglich zu dir. Ich weiß, was sie hinterher nicht. So weit Rapi weiß, ja. Oh man. What did you just said? Äh, Mansion. Yay. Schau. Und Lebenspunkte. Jep. Mehr Lebenspunkte. Ähm. Ich hab das nächste Secret. Okay. Haut damit! Ja, sag sie Busch. Sag sie Busch. Der Leben! Hm. So, jetzt ist ein Bequernis von die Brücke. You don't say. Mhm. Oh, Bomber. Wow. Und doppelt durch. Doppelt Shutdown. Oh man. Überbarmt Dave auch noch. Hm. Das ist ein Singles, Bruder. Autsch! Der hat mir voll seine Axt in die Fresse gehabt. Oh. Oh. Haha, der Baum hat nicht beschützt. Yay. So, immer schön. Oh Gott, komm, zweit. Oh nein, der hat mich getötet. So. Warum weiß ich die eigentlich aus? Wir haben doch sowieso keinen Friendly Fall. Ich kann doch durchschließen. Können wir? Ja. Ja, können wir. Hau. Ich bitte will die Werks reinglaufen. Höchstermilchbaum. Oh, geschafft. Hey, ich hab 111 Leben. Ich hab 111. Ich hab 111. Na ja, nächste Garnis. Double Shotgun. Sehr gut, dass du nichts an dir. TNT. Ja, lauter sein. So, jetzt die beiden TD-Stangen, die du nicht zerstören konntest. Oh. Mh. Das ist ein Gott nicht zerstören, wir teilen das Secret. Oh, nächstes Secret. Weißt du, was ist das Ding, oder? Sirius Bomber. Mh. Ja. Du musst nur Wewe frei machen, damit es zu uns fließend schwimmen kann. Mh. Mh. Kann ich mir ganz schwimmen? Nein, leider nicht. Vielleicht was stärkere Waffe. Oh. Ah. Da ist schon mehr Wumms dahinter. So das mal mit der Plasmapistole. Jep. Können wir das ein bisschen anschließen, damit es sich bewegt. Ja, ich denke, inzwischen fällt es noch was. Gott. Bomber! Ich bin Bomber! Yay! Yay! Hier gibt es mehr Bomben als im Second Encounter. Die kamen ja irgendwie kaum zum Vorschein. Das auch gibt es deutlich mehr. Ah ja, wie Sachen, die die Wunters zu werfen. Kann ich da hochklettern? Ah. Das finde ich. So. Dann dürfen wir nicht lang. Hm. Ach ne, hier ist Bananen verboten. Ja. Weil hier ist eine Banane. Was so passiert ist auch. Eine weitere Banane ist Rappé. Und dann fuchst du jetzt die Banane in den Mund rein. Beim Fuchtkorb. Und wir hatten vollen sexy time, ne? Naja, mach mal. Wie viel lang ist das Spiel nochmal? 16 vielleicht. Oh, das ist ja. Das passiert wohl. Oh. Ja, das hat alles passieren. Jupp. Sexy time! Hey. Oh, und diese Boote. Tschüss. Wo die Brücke ist im Weg? Wo die Brücke ist dann im Weg? Äh. War nicht gut. Oh nein! Mist. Kann passieren. So eine Stühle. Äh. Endlegen, oder? Warum so weit auseinander? Mhm. So. Gut. Hier machen wir jetzt Urlaub. Ja, ja. Das wird ja wohl machen. Ach. Na gut. Dann halt Arbeit machen. Ja. Wir müssen leider noch ein Welten retten. Oder dieses Dorf. Voll gewaltetes Sheik. Be useful. Save the Simba's village from invasion. Don't worry. We're done. We're done. Das waren wir. Das waren wir noch nie useful. Und gerade. going! Bei großen Gruppen... Ausgewichten. Aha. Bei großen Gruppen mit den ähm... Oh, Bombo. Bei großen Gruppen mit äh... Nerven-Teilern, die Schilder haben. Der ist ein Granatenrecht gut gegen die. So. Schlockend funktioniert leider nicht chicken. Oh je. Na ja, ab zum Dorf. Das war's. You Samus? I guess. Follow me. You Samus look for Medallion, huh? No Medallion here. Quongo take Medallion away. But Quongo no come here again. Shaman must call Quongo. I'll talk to him. Where is he? Shaman no here. Shaman prisoner. You rescue Shaman and Shaman help you. Tomorrow I take you... Primitives. Primitives. You must defend the village. You must defend the village. Entend the chief. Warum hat die Frau jetzt nicht gesprochen? In Ordnung. Darf der Rappi. Verdeckte Hühnchens. So. Die Seite ist sich dran. Hat ein Papagei eine Bombe getragen, oder wie? Ja. Oh nein. Selbst Morf Vögel. Ja. Und im nächsten Mal gibt's ja auch noch. Ist das nicht eine Exhaustion oder Heilung, oder so? Sie müssen die Erde hüten. Möchtest du, Velo? Ja. Überschöne Himmel. Okay. Vielleicht keiner hat das rüber. Okay. Hat nicht viel gebracht. Oh nein. Jetzt kommen die nächsten Angriffen. Von wo? Von wo? Von wo? Oh, ist die lieben. Oh. Voll weggefetzt. Oh, das ist nicht seltsam, weil man weiß, um welche Seite angreifen. Und Gesicht. Oh, die greifen die einen anstammt. Die schleichen sich vor allem von hinten an. Schleichen sich. Mit euch möchte ich keine sexy Time haben, ne? Oh je. Einheimisch, dann darf ich nicht mal eine Schosse rein. Oder jetzt so. Hör auf, über die Mauer. Jupp. Oh nein. Hör auf, über die Mauer zu klettern. Hör auf, über die Mauer zu klettern. Ähm, waren das alle? Die Mauer noch mal ging. Ich hab mir doch gar einen Lebenspunkt aus hier aus der Hütte. Ach, aber schon. Naja, jetzt kommt große Oschi. Ins Albinat. einäugiger zyklop ja der schießt ist ein paar ganaten dann sind sie versteht den mal als gott für den freudel kommende so schädigen leute am fuhr das kümmern ich bin mir schon die typen am fuhr Irgendwie macht er gerade nichts. Die Karriere ist voll kaputt. Hallo? Nicht von der Seite, du komisches... Ein Vieh, was auch immer. Ein Hornvieh. Ein Hornvieh. Nein, die Schildtypen. Ach so, die... Die haben die gerade von mir an der Seite geboxt. Die RTL-Zuschauer. Ja, die RTL-Zuschauer. Ah, da ist so einer. Weggefetzt mit dem Vogel. 50 Munition. Zuh Bear. Bugs-Tank, Tanks house. Du hast ihnentatbe kanske, wenn der eine Böden wird. Wenn keine du ist, sind sie wieder k нашиufiglichen. So primitivilien kannst du gar nicht mehr Specifze desertieren. I believe we take a break. Now you're talking. This calls for celebration. Thank you very much, Salus. But before we go, we have presents. All right. I love presents. This bird clawed. Well trained. Bird help you. Hello. I see we'll get along just fine. Bye. 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 Oh, ich hab 89. Ich hab der Albino. Albino. Das Level. Musk-Control... ...Game-Control over that Landing-Pad. Wieso wird das nicht vorgelesen? Naja, vermutlich mal bei mir vorgelesen wurde. Aufgrund der Seite kommt die. Die hat's für. Ähm. Was auch das nicht wird. Wenn du das nicht zerstörst. Die werden nämlich gleich selbst gebrauchen. Die Babageien. Oh, das sind noch mehr Typen. Ich wollte es nicht angreifen. Nee, das erste Größer ist da oben. Das müssen wir keine Kissenstabbel machen. Äh, Durrance, besetzen. Holt den Vogel vom H***er Tlau! Äh, du kannst ja reden, das können wir dich abschießen. Oh, komm, zwei, drei. Ander links, nach rechts. Weg mit dir! Gut. Was ist alles? Hm, voll zu. Okay, war da auch nicht alles. Ja, achst du gehol. Das, was man dir angst willen, besiegen. Du weißt du, jetzt komponativ. Panzer-Bubis. Jetzt haben wir Bubis. Das ist ein Typ, der Panzer-Räder-Dingern-Bahn. So, dass man die Ex-Tätigkeit zerstören kann. Weil die meisten Schaden hier. Da, von rechts, die mit Laser schließen. Ah! Dieser Panzer-Fahnden. Du, Männer-Dinger, keine Ahnung wie die heißen. Aber, wenn ich da an. Ach, hier wird voll priorisiert. Ja, ich muss doch bieten. Ah ja, jetzt kommt der Nachschub. Warte mal, was ist hier und springen. Ich kann halt nicht aus Waffen nehmen mehr. Das ist so gleich. Ich wollte gerade sagen, Hundefutter, aber das war ja andere wie Gold. Das ist so gleich. Gut, mal Kennenwerfer. Habe ich schon Rocket Lounge schaden. Ups. Äh, ja. Das war voll golden. Genau, jetzt müssen wir, da muss man nicht wieder hochkommen. Wegen an Secrets. Kommst vielleicht hoch, wenn du auf mich da rübst. Rechnier. Rechnier drinnen. Oh, Gegner. Oh, pass auf, pass auf. Bullen. Eher nur Bullen, Dinger. Check, blöme Flashbacks. Was ist mit dem Flieger da oben los? Oh, jetzt sind die wegflogen. Ich habe einen toten Winkel, ich kann ja nicht sehen. Oh, helly, helly. Helly, helly. Komm, weiterer Panzer, Typ. Vor allem sind unsere Kisten kaputt gegangen, wegen den Bullen. Oh. Äh, das ist noch schon Rocket Jumping aktiviert. Ich versuche gerade zu erkennen, was das da oben ist. Ist das der Bowling-Kugelwerfer? Äh, ich... weiß nicht, wo du bist. Ich sehe es im Geschütz. Ähm. Was haben wir da? Ich bin uns mal ein Papagei. Jöp, es geht jetzt. Ich sage dir, es geht jetzt noch Papagei. Ähm, ist so ein paar Kisten. Ich dachte gerade, die flippen zu wer einem Gegner. Pass auf, ist ein paar Kisten übrig. Weil da oben ist, gibt es halt ein Schatztour. So ein Schatztour sein? Jöp. Stüttenflücht. Kistenstapeln. Genau. Aber wie gesagt, aufpassen auf die Physik-Engine. Da, die fallen sich nämlich schon um. Weil wir mehr Spieler bewegten die nämlich. Deswegen ist es so furchtbar, die Physik-Engine in diesem Spiel. Oh, ja. Spieler bewegten nämlich die ganzen Sachen hier oben, ja. Hopla. Was hast du, ich wollte sagen, ob dir jetzt ein Gegner. Ich wollte einmal eine Motion, äh, mit Beutner. Ach, Mist. Kannst du mich da aufhelfen? Ja. Vielleicht kann ich den Rock'n'Champ. Und so weiter. Okay. Ja, verdammt, bin ich oben. Scheiße, bin ich oben gelandet, hat sich gut aktiviert. Okay, ich weiß, dass es geht, da muss er schüpfeln, dann die Rakete schießen. So. Ist da oben katapultiert. Aber wo sind natürlich Taten? Egal, es haben wir, es geht. Ein bisschen Geld, wow. Da müssen wir lebensopfern und unsere Zeit. Verbösen und wo einzig funztiert, das ist nicht richtig. Egal. Ich darf nicht irgendwie die Jahre zu teilen, die Kissen zu zerstören. Die Steilkissen lasst sich nur mit Sprengstoff zerstören. Das war, glaube ich, ein bisschen oberkill. Ja. So, jetzt können wir voranschreiten. Da hinten ist noch was und nichts. Slamo müsste auch nur drei Titels haben. Müsste, sollte, könnte. Sollte. Oh Gott. Amopack. Noch mehr Health. Wir haben eine Mission. Oh. Wollte nicht sind was. Sie sehen nicht freundlich aus. So. Wir haben noch Granaten hier. Wir reiten auch noch. Wir reiten auch noch. Er schießt mit seinen komischen Lasers. Nein. Ja, jetzt müssen wir die Reittiere zu spüren, wo die Orks töten können. Ja, Jimmy sind Orks. Ja. Ähm. War Finko und direkt Granaten scheinen gut zu sein. Oh nein. Danke. Greif zurück an. Okay. Und unsere Freunde sind alle tot. Oh weh. Äh, ja. Die waren halt so nicht skillvoll wie wir. Ich bin doch mal ein Telefon bewusst. Und. Ich soll einen Ball benutzen. Erst hatten wir Sexy Time mit Banane, jetzt will ich auch noch mit Bällen spielen. Damit kannst du Gehner überrollen. Aber so ich rolling, 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 rolling. Yeah. Sogar die Zykloppen. Ja, das tut alles. Ich glaube, wir gehen werfen. Bis auf die, muss man auf die Lebenskraft von dem Ding achten. Oh, die wollten mich in Abgrund schubsen. Okay, das war nicht schlau. Ja. Also heute wir in Deckung. 199. Oh je. Also heute wir in Deckung. Stimmt, aber alles dass hinter dir war. Okay. Ich lege einfach alles flach. In diesem Gebiet gibt es zwei weitere Secrets. Die müssen auch die letzten sein. Papagei. Oh, die müssen auch Papagei. Selbst von Papagei. So. Rolling, rolling, rolling. So ein Gebiet, wie gesagt, sind auch die letzten zwei Secrets. Der Rauchter war aber cooler. Ja. Okay, zweimal das Maximum Leben. Ich hab die Pflanze von Platt gefahren. So, da hinten. Ein sehr nicht offensichtlicher Überfall. Ja. Hey, Rapida, tanzt eine übergroße Heil-Paket. Das sieht normal aus. Oh nein, das war ein Hinterhalt. Wie konnte ja das passieren? Und da vorne ist das letzte Secret. Was aber leckeres zu essen gibt im Kühlschrank. Ein Kühlschrank. Das war drauf aufgemalt, ein Bild. Ein Pinguin. Das ist ein Kinderpinguin. Keine Ahnung, ist ein Malt. Ein Kinderpinguiner ja auch schon lange nicht mehr. Ich bin ja schon lange vieles nicht mehr. So, das letzte Secret-Netzlevel. Ups, ich hab den Baum platt gemacht. Oh, der Steller hat sie mit der Kettensäge. Was ich jetzt fußt, ist so einfach ab. Einfaches Fußvolk. Fußvolk. Lass mich auch noch platt machen. Ja. Alles platt machen. Eigentlich niemals vergeben. Oh, da vorne hin. In Erfährung. Hm. Das ist doch eine Puppe. Oh nein, es ist ein Hinterhalt. Und da! Oh nein. Ist diese Heldspitentäter? Okay, das sollte ich nicht machen. Ja, das wird passiert. Was soll passieren, wenn die hier fährt? Ich bleib nur zwei Seiten an. Schlimmes Winkel. Ja, okay. Oh nein, die Äxte. Oh, die bekommen Verstärkung. Oh, ich bleib mit dann. Was? Nicht so nett. Ja, das wäre ja eine Kugel gespawnt. Oh, noch zwei, die habe ich erledigt. Garnate. Okay, Garnate in das Spiel gebracht. Rakete. Oh, geht es sehr gut. Wir sind ja schon wieder zur Welt. Und hinten kommt Neander Trawler. Ja. Trawler. Ja. 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 Ja.